Nur ganz wenige Inseln bieten ihren Besuchern derartig viel Abwechslung wie Mauritius. Ein ganz besonderes Highlight ist dabei zweifellos eine Tour zu den Delfinen. Hierbei hat man dann die Möglichkeit mit diesen intelligenten Meeressäugern hautnahen Kontakt aufzunehmen. Glauben Sie uns einfach an dieser Stelle. Es gibt nicht viel Schöneres, was Sie auf Mauritius machen könnten. Eines haben alle Touren zu den Delfinen gemeinsam. Sie starten allesamt an der Westküste der Insel. Genauer gesagt, sie beginnen in der Regel in der Bucht von Tamarin. Es gibt zahlreiche Veranstalter, die solche Touren zu den Delfinen anbieten. Aber leider kann man die meisten dabei von ihnen schlichtweg vergessen. Wir haben es ausprobiert und von unseren Erfahrungen können natürlich auch Sie profitieren. Wenn Sie die Tipps in der kommentierten Version unseres Films beachten, werden auch Sie diese fantastischen Tiere so erleben, wie Sie es jetzt hier gerade in diesem Film sehen. Andererseits können Sie natürlich auch einfach so irgendwo buchen. Wie das dann in der Regel aussieht, können Sie auf der Plattform von YouTube anschaulich in zahlreichen Videos nachvollziehen. Ob sich der verhältnismäßig hohe Preis dann aber auch für Sie gelohnt hat, entscheiden Sie selbst. Mit den Informationen aus unserem Film sind Sie jedenfalls immer auf der sicheren Reiseseite. Das gilt dann natürlich nicht nur für Mauritius, sondern für alle Regionen, die wir Ihnen in unseren Filmen vorstellen. Wenn Sie sich diesen Film ganz in Ruhe ohne Kommentierung ansehen möchten, laden wir Sie hiermit herzlich auf unsere Website ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.